Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Es mag vielleicht nicht echt sein, aber das bedeutet nicht, dass es nirgendwo auf der Welt echte Einhörner gibt Bin ich froh! Da bist du ja, mein Mädchen! Oh, es geht ihr gut, Lisa! Und überall, wo sie war, hat sie ein bisschen Freude verbreitet Oh, danke ihr Lieben, dass ihr meine Penelope hier gefunden habt Von jetzt an passe ich besser auf sie auf Nicht so wild! Ich hab leider keinen Apfel Aber da vorne ist ein Apfelbaum! Augenblick! Wir pflücken dir einen! Oh, es ist wunderschön! Und so zauberhaft! Wow! Ich wusste, es gibt sie!